Erkennen Sie sich wieder? So dynamisch und vielseitig wie Sie ist auch die Viva-Family. Ob bei der Arbeit, beim Shoppen oder beim Sport, gesunde Füße sind die Voraussetzung für einen dynamischen Lebensstil. Schmerzen die Füße, leidet die Mobilität und die Freude an der Bewegung nimmt ab. Die Fußbettungen der Viva-Family wirken direkt an den drei Problemzonen der Füße und bringen sie in die richtige Balance. Am Ende der ausgiebigen Shopping-Tour schmerzen brennende Ballen, ein durchgetretenes Quergewölbe kann die Ursache sein. Das Polster im vorderen Bereich des Fußbettes beugt dem vor und kann Schmerzen lindern. Nach einer langen Hiking-Tour schmerzen die Fersen. Egal wie wir uns bewegen, die Ferse fängt meist den Großteil des Auftritts ab. Schmerzen können die Folge sein. Das weiche und flexible Fersenpolster des Fußbettes dämpft und entlastet dabei nicht nur die Ferse, sondern auch Wirbelsäule und Gelenke. Nach dem Arbeitstag schmerzt der Spann oder Sie brauchen Schuhe mittlerweile eine Nummer größer? Beides ist Anzeichen dafür, dass sich das sogenannte Längsgewölbe gesenkt hat. Die Längsgewölbestütze hilft dem Fuß in die korrekte Position und unterstützt ihn so bei allen Aufgaben. Die Fußbettungen der Viva Family nehmen den Füßen den Stress. Dabei zählt nicht nur das Womit, sondern auch das Woraus. Alle Fußbettungen bestehen aus atmungsaktiven, natürlichen Materialien. Ähnlich wie Funktionskleidung wirken sie Temperaturausgleichen und nehmen entstehende Feuchtigkeit auf. Bewegung und Transpiration gehören zusammen und manchmal entstehen dabei unangenehme Gerüche. Leistungsfähige Aktivkohlefilter verhindern das, indem sie Gerüche auf einer Fußballfeldgroßen Oberfläche binden und dafür sorgen, dass sie ihre Schuhe auch nach einem langen Tag entspannt ausziehen können. Damit das Fußbett ihre Füße lange verwöhnen kann, sollten sie ihm, genau wie ihrem Schuh, nach dem Tragen einen Tag Zeit geben, sich zu regenerieren. Wow, seit ich die Viva trage, tun mir abends die Füße nicht mehr weh und ich gehe entspannt in den Feierabend. Ich habe jetzt die Viva neu für mich entdeckt und seitdem ist es ein ganz anderes Laufgefühl, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, weil mir die Füße gar nicht mehr so schmerzen. Und welche Viva passt zu Ihnen? Viva, Viva High, Viva Mini, Viva Summer, Viva Winter oder Viva Outdoor? Finden Sie es heraus. Pedag fühlt sich gut an.